Wer viel geschäftlich reisen muss, so wie Megan und ich, hat Freude an einem Auto wie der Citroën C5X, wo man vorne Platz hat, um sich auszuspannen, beilang zu machen und einfach eine Pause machen zwischendurch. Oder sich confortablem an der Reine des Fahrtrucks installieren, um zu arbeiten und zu vorbereiten, die nächsten Meetings zu machen. Untertitelung des ZDF, 2020